Die Kartoffel Untertitelung. BR 2018 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 Das Volk zu Mainz-Kastell. Könnt ihr mich hören? Ich euch aber nicht. Lauter. Sehr schön. Wir alle heißen euch hier aufwährend mit der Reduit. Willkommen im Namen von Pro History und sämtlichen Mitarbeitern, Kollegen und wanderndem Volk, was hier euch nun alles darbieten wird. Was uns denn in irgendeiner Variante noch einfallen könnte, um euch zu belustigen und andere Träume noch versuchen zu erfüllen. Nein, du hältst Ruhe und du lässt die Hose um. Also, ich möchte euch vorstellen, welche Musikgruppen wir für euch haben, welche Attraktionen, welche graziösen Garzellen wir für euch haben, die euch mit anmütigen Tanzen begeistern werden. Und zwar die traumhafte Truppe von... Verdammt! Du darfst dich einmal ganz laut. Sarifee! Sarifee! Ein Handgeklappere für unsere Traumhafte-Dinke! So, hört ihr mich so besser? Okay, dann probieren wir es mal so. Also, da das mit dem Applaus leider nicht ganz so toll funktioniert hat, probieren wir das jetzt nochmal. Die bezaubernden Mädels von Sarifee! So, dann fangen wir weiter mit einer tollen Musikgruppe. Du darfst jetzt mal nach vorne kommen, damit du auch mal was zu sagen hast. Komm her! So, wir haben die eine Musikgruppe mit dem wundervollen, verträumten Namen... Porcay Penere! Hat gewonnen! So, dann... Ach, da fehlt noch einer. Moment! In Deutsch übersetzt heißt das die Sauenscheucher. Wenn wir aufspielen, dann bleibt kein Schwein still. So, natürlich haben wir nicht nur unheimlich tolle Tänzerinnen und auch schon einen Teil unserer Musik vorgestellt. Nein, wir haben selbstverständlich auch noch Leute, die euch zum Lachen bringen, dummes Zeug erzählen. Also noch mehr Dummes als ich. Zum Weinen auch! Ach, und zum Weinen wollen sie euch auch nicht bringen. So darf ich euch einmal vorstellen. Unseren! So, jetzt kommt ein Bein hierher. Auf, kommt hierher, Gauklerlein. Beifuß! Garland, Garland! Er ist ein bisschen schüchtern, der eine. Handgeklappere, damit er auf die Bühne kommt! So haben wir einmal unseren verträumten Gaukler... Mabun. Nein, er heißt nicht Mabun, sondern Mabun. Ein donnerndes Handgeklappere für ihn! Hallo Volk, ich bin der lustige Gaukler und bin extra aus weiten Landen, den bayerischen Landen, hergereist, um euch hier zu beehren. Also ihr habt Glück, hier zu sein und mich sehen zu dürfen. Ja, ich wünsche euch ganz viel Freude. Hast du denn auch gut geübt? Ja. Ohne Frohe. Und nun für euch unseren, unser Großmaul, der Traum aller Frauen, der Albtraum aller Männer, unser Zack! Hallo. Das war der Text für mich. Nein, ich gehe jetzt mal weiter. Na? Ich bin das nicht gewohnt hier mit so einem Ding in der Hand. Wir wollten jetzt eigentlich Quatsch machen. Wollt ihr, dass wir Quatsch machen? Ja. Schade. Gut. Dann machen wir jetzt Quatsch. Ja, ihr dürft sofort Quatsch machen. Wenn die Gruppen für euch mit einem rückwärts angefangenen Tavernenspiel, also einem Vorspiel, mit euch starten sollen, so klatscht gleich nach meiner nächsten Ansage, so laut in die Hände wie ihr könnt, schmeißt eure Kinder in die Luft. Und auch die Schwiegereltern, wenn das doch funktioniert. So, und zu guter Letzt, es ist leider und unnachgiebig für euch noch mit auf der Bühne, unvermeidbar. Lauter! Möge das Tavernenspiel für euch beginnen! Möge das Tavernenspiel für euch. Möge das Tavernenspiel für euch. Möge das Tavernenspiel für euch. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020